Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Feuer! Hallo onnipleisei!! Und zuletzt... euch am neuen Teil... zuletzt... Ka... Ne! Kalums... Kalums... Alarms für Cooper alt, lass dir nicht sein... Ach du Scheiße! Ja, und hier der Dream, der so... Ne ne, gerade nen... Ne ne, ne... Ja Leute, gerade im Hintergrund geht ihr aber ein wittiges Klopfen... Gar nicht. Weiß nicht. Sonst hat er das gemacht. LKW, ich hab mir seine Stimme gewarnt. Also, wenn ich mit dem irgendwie gefreutet sein werde. Warum der will? Ich mach mir irgendwas tun. Ne, ich mach mir nur eben so ein Action gleicher. Das ist alles nur mit dem... ...Aufschwingen. So kurz schief. Und kein Problem hat der. Hey. Ja, ey. Irgendwel nicht witzig. Ist nicht witzig. Ist nicht witzig. Oh Gott. Ja, wenn du dich mal vorstiegst. Äh. Sie mal was? Ja. Nein, sie war nicht! Yes! Ja, also das Spiel basiert auf Köln. Also, ich kann jetzt in Köln nicht so nünster Track rumkutschen. Doch! So, macht doch mal was. Okay. Also, wenn ihr mich voransehen wollt, kommt nach Köln am Rheinland. Und dann hier... Oh Gott. Was? Was? Das ist eigentlich am Weihnachten, Mann. Genau. Ne, das Ausleben ist ja ähnlich wie kalt. Und wenn ja, dann schreien sie dich wohl. ... ... ... ... ... ... ... Schreibe mal hier. Und was? Schreibe mal hier. Schreibe mal hier. Jetzt kriegt der Stöller. Hier ist der Stöller. Abonniert ja auch mal. Wir sind erst so neun. Das ist geil. Na und? Ich will ja keine mehr. Ich will auch so einige YouTuber sein. Youtube-Stimische nicht abonnieren. Ey, ich will ja keine mehr. Aber abonniert ja auch. Ich will ja keine mehr. Und dann. Und dann? Acht. 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! Nein! Warte auf mich! Warte! Nein! Nein, halt unten! Ja, halt unten! Ja, halt unten! Nein! Ja, halt unten! Nein! Ich glaube! Tschüssi! Schwerstwagen der Welt! Wie ein Roller! Im Schulrohrer! Ja, guck doch mal! Guck! Auf dem schnellsten Wagen! Alles in der Welt! Oh Gott! Oh, ich wollte genau das gleiche sagen, wenn ich verbringen! Irgend ins Feld reingewarfen bin! Heute habe ich jemanden auf den Arsch gesetzt! Und der habe ich gesagt, der hat gewissen! Aha! Und ein gewisser Herr hat gesagt, ein Friff mit Sternchen! Na, dann spreng mal einfach! Aber für den Kerl, den ich auf den Arsch geklappt habe, habe ich noch den Namen! Ich glaube, ich werde meinen KJ! Wie? Ich glaube, ich werde meinen KJ! Jule Kunert! Nein! 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 Weißt du? Nein! Seht nicht heute auf den Arsch gesetzt! Oh! Es hängt immer etwas anderes aus, die Vergleichung mit K ein! J K! Ja, Jule Kunert! KJ! Cooler Jule! Du weißt schon, dass... ähm... Ja, ja, ja! Mit... ja, mit Gegenschuhen! Ganz! Du weißt! Du weißt ja, geil! Du weißt! Du weißt ja, geil! Du weißt! Ich bin Zeitlupe! Äääääää! Ich bin Zeitlupe! Auch was ist denn klar? Wow! Gegen die Japanerart! Ich bin zu schnell! Ah, Mann! Warum denn das ist? Ich bin schnell! Schneller als dein Wind! Ich bin so schneller! Ich bin schneller als dein Wind! Ich bin schneller als dein Wind! Habe ich schon eine Ahnung davon? Genau, immer der ist geil. Du bist voll und cool. Ich bin geil. Guck mal wie lange das Lied zu sehen ist. Okay. So, renn den vollen Stil rein. Rekum zu. Oh Gott. Soll ich gucken? Ja. Wer hat mir irgendwo gut in Frauen gesagt? Wie lange das Lied? Wie lange das Lied? Das Lied ist ja schon klar. Das Lied ist 15 bis 15. Hm? Wo, du geil. Oh mein Gott, der kommt einfach. Ja. Ich hab hier eben schon zusammen. Ja. Dann hat er mit dich geholfen. Oh Gott. Oh Gott! Jetzt bin ich verscheid. Ah! Ich schreie! Juhuu! Oh, ciao! Oh nein! Oh Gott, der war kalt in die Kurve. Ja, Maju, oh nee, nee, nee. Oh ja, kannst du nicht. Jetzt kriegst du gerade Milch. Na, und jetzt kannst du bleiben, wenn ich. Ja, ich kann. Ey, der kommt so direkt rausgepächt, ne? Was? Oh Gott, keiner. Ey, jetzt kommt der Schulz mit dem Zug. Zug, 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 Zug. So genau zwischen Hacke und Sicht. Hacke, 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 Sicht! Was ist das? Hacke, Hacke! Das ist nicht witzig. Hacke, Hacke! Egal, abonniert, Schafel-LP. Der ist geil. Ich bin der Fan von Kronen, Schafel-LP, ja. Name mit das? Name mit das ist natürlich nicht, wenn du da guckst. Nananana! Weißt du das Name, Werner? Und ich glaub gar nicht kennen wir. Doch, ich hab dir mal beschrieben, ähm, ähm, das soll man mit, irgendwie mit Kronen oder mit irgendjemandem. Mit Kronen? Nein, der macht das ja schon gar nicht. Wie mit Kronen? Ach, den Kronen. Zug, guck, 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 guck! Hallo Zug, wie geht's? Bin zu! Mit dein Glas Wasser! Au, nein! Gib mir mein Glas Wasser wieder zurück! Hm, hm. Hm, der war die Sauber. Ein Bock. Ja, der war nicht. Also, die Sahra wie ist jetzt nicht da aus. Wir laden immer besser in Auge. Hm, hm. Nein, das war nicht. Ich dachte, als das hat dich gelaufen. Wir wollen den meinen Kronen, vielleicht vielleicht Fasen haben. Wir könnten den Kronen nicht mehr so sagen. Was? Alter! Nein, das war nicht so. Alter! 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 Neeee! Buh! Ich dachte, bei uns dann irgendwie, ich bin mal der Stuhl schon. Ha, 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 ha! Jeeee! Fahr mal mit einer Limousine, das will ich jetzt mal sehen. Hedwig, das machen wir vielleicht. Ich bin mal mit einer Limousine. So. Ein Taxi! Taxi! Taxiii! Was hast du mit dem Problem? Darf ich jetzt mal spielen? So. Das könnte ich auch mit der Kronenbogen machen. Alter, der haut mich ja aus dem Wagen raus. Nee! Das würde ich auch tun. Okay, guck mal, guck mal her! Guck mal her! Guck mal her! Da will ich gleich wieder hauen! Haui, hau! Haui! 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 Das ging nicht, ja? Ähm... Was hast du zum Problem? Also, ähm, let's play! Also unser Problem, ja. What? Das steigt, das steigt mir aus. Ah, ja. Fickst doch Ruhe. Ja, ja. Bonne Mann, Bonne Mann. Und wir hatten einen Ethik irgendwie, der ist klar. Ja, und der César hat seinen Vortrag heute gut gemacht. Die Vortrag war da. Ich meine, die ist klar. Es ist jetzt nicht die Welt, es ist eine Weltredikung, wir sind in Ethik. Das ist schon klar. Ja, ich meine, Ethik, dass wir eigentlich umläutig können. Und wir sprechen trotzdem drum! Naja. Und wir haben, ich hab noch einen Vortrag. Ja. Ähm, was geht? Zuckst du mich doch! Ach, du hast dich probiert. Bleh! Es werden auch wieder gefängert. Gut! Jürgen? Ja, wenn nicht. Ja, wie du bist. Ja, wie du bist. Aber ich hab deinall. Ich hab da auch keine Hand. Ich hab keine Hand. Ich hab keine Rolle gesetzt! Ich hab keine Rolle oben, ne? Er hat null Videos. Du hast null Videos. Da hab ich auch stehbar. Und jetzt kann ich den Arsch umschauen. Zwölf Minuten nehmen wir schon ab. Und jetzt müssen wir schon noch mal ein bisschen aufschauen. Wir sind schon noch ein bisschen aufschauen. Wir haben uns schon wieder aufschauen. Wir haben uns schon ein bisschen aufschauen. Die Scheibe ist schon abgeschauen. Ich schaue es mal raus, weißt du? Na? Soll ich die Kalb jetzt ein bisschen ankleben? Yeah! Also das sehen wir mal Röpst-Letts-Play. Aber dafür kommen wir also Röpst-Letts-Play. Der Letts-Play ist für diese Röpschen. Genau so! Ich nenne die Folge so! Ich hole was bei... Endlich Röpsch! ... Birne! Pfuh! Das kann ich! Obst du euch denn zu mir was machen? Nee, nee, du weißt nicht! Ich hab ja was! Ich weiß nicht, Mose, es bringt mich schlecht! Ich kann doch nicht! Ich nehme einfach raus! Ich nehme einen Pfostiger! Nein! Nur ein Pfostiger! Nein! Ich hab schon einen Pfostiger an! Ich steck mir den Pfostiger gleich mal ein! Das ist eine Schokolade! Biss ich! War geil! Boah, du Ficker, Mann! Doch, doch, fang nicht! gefang nicht! 에서! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich, du bist sonst Leben lang! Dann findet ihr noch mal ein Schokolade! Der Janik? Ja, der Janik. Das ist immer immer der Kling. Der Janik. Guck damit! Von der Janik. Der Janik schreibt einfach mal bei meinem Stomze. Und der kommt unten der Tag an dem die Stomze erschreut. Der Tag an dem Stomze erschreut. Der Tag an dem die Stomze nicht erschreut. Mit dem kleinen Smush. Jetzt langsam mal die Farbe. Oh! Das ist ja eine schöne Füllung. Das ist ja eine schöne Füllung. Ey, das ist eine schöne Füllung. Was ist denn das? Keine Scheiße. Okay. Schokolade. Nein, das ist meine Scheiße. Ich hab's kaputt geschehen. Ja, das ist die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Ich wollte quasi sagen, weil meine Oma is watching you. So, Tragezeichen. Das war mit der. Das war mit der. Das ist die letzte Worte, die er sagt. Also, tschüss. Das war mit der Kamera. Das war mit der Kamera.